Moin zusammen und herzlich Willkommen zurück zu Drawn. Wir machen weiter. Ja, es wird endlich wieder gewibbelt. Wir haben den Faun gerade befreit und... Was sagt er? The preparations are almost complete. We must restore the flowers at the base of the lantern tree. Natürlich tun wir das. Hallo, was denkst du? Oh, ein bisschen Tiss? Äh, okay. A hummingbird's gaze goes boastfully... Okay. So, und hier können wir offensichtlich irgendwas einfärben. Gut, machen wir natürlich. Aber ich glaube nicht jetzt. Irgendwie fehlt da noch was. Yeah. Okay, können wir irgendwas mitnehmen? Das ist ja schon cool, ne? Hier hat jemand in den Baum ein Herz eingeritzt. So, warte mal. Was uns noch fehlt ist... Was macht denn das hier? Okay. Okay. Das hatten wir beim letzten Mal gemacht. Das war lustig. Ähm. Da, 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 da. So, lass mal gucken. Wenn ich mich recht entsinne, müssen wir doch noch, ähm, hier vorm... Genau. Wir müssen ja auch irgendwie Licht dann anbringen. Oh, das war ja leicht. Okay. Gut. Hallo. Äh. 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 Okay. Da haben wir ein wenig Samen bekommen. Und, ähm, keine Rote haben wir auch noch. Super. Kriegen wir noch etwas von dir? Nö. So, und was mit dir? Guck, guck. Guck, guck. You've destroyed the route that's blocked apart. Äh, ja, kennen wir auch schon. Okay. So, naja. Äh. Hat das irgendwas zu bedeuten? Bestimmt. Okay. Brauchen wir noch etwas? Nö. Ich glaube nicht. Zurück kommen wir auch nicht weiter. Okay. Oh. Hier liegt noch was rum. Ja, ja, ja. Sketch will be put on the way to the appointment of your quest. Okay. Ja. Na? Hallo. Cool. Sehr gerne. War mir eine Freude. Ja. Geht's dir gut? Es geht ihm gut. So. Cool. Food In Water. Sehr gerne. War mir einfach genügend. Okay. Hier gibt's nichts weiter. Also ich denke mal, dann werden wir wohl hier irgendwas einpflanzen müssen. So, wie sieht's? Okay, und die... Welches Schweinmehl hätten sie gern? Ne, wozu ist das Schweinmehl da? Ich hab keine Ahnung, was hier... Hä? Haben wir den... Haben wir den jeweils schon bekommen? Okay, so können wir einfärben, das ist super, aber... Lass mich mal ein... Nö, Skip-Puzzle... Ich glaube, das bekommen wir dann doch hierher, oder? Kann das sein? Das sieht so ähnlich aus... Hm... Wie sieht denn das bei Tag aus? Lilla... Und Rot drumherum... Hm... Ne, das haben wir da, sind wir mit durch... Warte mal, ist sie hier oben? Achso... Ne, das ist einfach nur die Farben auf... Äh... Okay, alles klar... So... Tadadadada... Das ist nichts weiter... Okay... Puh... Ich weiß es nicht... Ah... Orange... Lilla... Hilfe... You need to use the Hummingbirds color for... Same colors... Achso... Same colors as neighboring colors can't touch... Okay... Gut... Also... Ähm... Ja... Dann verwenden wir mal... Gelb... Für das hier... Und für das hier... Und für das da vielleicht auch... So... Und für das da auch... Und für dies... Geht das auch? Ja... Hier ist ja... Es ist ja nicht direkt ein Neighbor... Werden wir ja gleich herausfinden... Gut... Okay... Gut... Setzen wir dort ein... Und... Dort ein... All the flowers have color, but something is still wrong... Okay, das hier funktioniert nicht... Alles klar... Dann nehmen wir Orange für hier oben... Dann berührt sich das nicht... So... Jetzt... Was... Jetzt... Hier wieder... Es ist nicht möglich... Diese Farbe... Es ist nicht möglich... Diese Farbe... Okay... So... Müsste doch okay sein, oder? So... Müsste doch okay sein, oder? Jetzt... Sehe ich nicht... Möchte ich das hier unten auch nochmal? Okay... Genau... So... Sind alle Farben vertreten... Was willst du nur... Welche Schweine... Welche Schweine... Ich hätte es gern... Oh... 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 Äh... Hier ist das... Achso... Das könnte vielleicht auch... Ne... Ach ne... Ach komm schon... Ernsthaft... Mö... 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 Okay... Also nochmal... Gelb... Meinetwegen... Oh... Das war blau... Ups... Achso... Ich muss das da unten auswählen... Haha... Blau... Und blau... So... Dann den... Gelb... Tada... 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 Ja... Booth... Are busy right now... Hehe... Das ist ja witzig... So... Halt... Können wir auch Rot erstmal verwenden... Klar... So... Guck mal, hier ist ja irgendwie so ein... Was macht er denn da? Rot. Jetzt ist es schwarz, vorher war das weiß. Und hier ist gar nichts. Ich probiere mit einer Farbe einfach nur, um zu gucken, was passiert. Da ist es hell, da ist es dunkel. Warum ist es das? Ich probiere mal alle Farben durch, einfach um zu sehen, was passiert. Jetzt hat sich das gedreht, okay. Was ist, wenn ich dieselbe Farbe mit mir annehme? Das geht ja nicht, das sollte nicht funktionieren. Okay, nada. Jetzt ist es bald schwarz. Heißt das, dass es bald schwarz sein muss? Weiß ich nicht. Schwarz. Schwarz. Okay, so, jetzt hier. Rot ist okay. Aber, äh, rot, dann kann es... Was ist denn, braucht man da eine Komplementärfarbe oder so? Das ist schwarz geworden, aber das hier noch nicht. Ähm, ähm, ähm... Ja, dann hätte ich hier jetzt... Da blau? Rot und blau? Nein. Ja, guck mal, hier zeigt er jetzt schwarz an. Das dürfte wohl nicht sein. Also weiß muss es sein. Kann man... Äh, ähm... Also hell leuchten müsste es. Dann mach ich das jetzt mal hier. Da sind wir noch eins hell. Ach. Ach. Und da geht nicht. Blau. Geht auch nicht. Grün. Okay. Jetzt ist wieder beides hell. Es gibt keine Farbe mit dem... Ach so, nee. Es muss ja auch hell sein. Ah, ich durfte mal... Okay, alles klar. So. Dann haben wir das auch schon mal fertig. Aber das hier geht noch nicht. Rot darf da nicht sein. Ich nehme mal grün hier. Dann ist das okay. Genau. So. Und jetzt, wenn ich gelb dahin bringe... Gelb und grün passen nicht zusammen. Aha. Das ist ja auch zu schade. Das ist ja auch zu schade. Jetzt ist beides hell. Okay. Das ist super. So. Den hier müssen wir noch ändern. Gelb dazu. Was ist denn mit Blau und Rot? Haben wir noch nicht rausgefunden. Wenn ich das hier jetzt auf Blau ändere... Was ist denn mit Blau und Rot? Alles hell. Alles cool. Aber grün passt vermutlich nicht dazu. Something is still here. Okay. Orange. Das geht nicht. Okay. Noch einmal Lila. Lila und Blau passen nicht zusammen. Gelb und Grün passen nicht zusammen. Gut. Meinetwegen. Meinetwegen. Ne. Wie mache ich denn das jetzt? Orange und Grün. Hier passen doch Orange und Grün zusammen. Wenn ich das Orange nehme... Aber jetzt braucht es noch... Gut. Dann gehört das alles zusammen. Ja. Aber das hier passt noch nicht. Gelb und Grün passen noch nicht zusammen. So. Blau. Und jetzt würde ich hier mal Rot nehmen. Rot und Orange passen nicht. Fantastisch. Das ist schon ein bisschen getänt. So. Alle Kanten. Alle Kanten sind... Nein. Hier ist noch eine Kante. Die... Grün. Grün und Blau passen nicht. Wunderbar. Was hatte ich vorher da drin? Rot? Weiß ich nicht mehr. Also es dürfen nicht nur die Farben, die nebeneinander liegen, nicht identisch sein. Nein. Also gut. Toll. Nein. Ich könnte ja jetzt einfach auf Skip drücken, ne? Welche Farbe ist es denn? Ich hoffe es nicht. Ich bin da. Auch nicht. So. Meinetwegen. Und wenn hier jetzt Rot hineinkommt... Super. Ich könnte die rein sammeln. Cool. So. Zack. 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 Und klingeln. Und das ist wie das Stranger save die Garten. Und das ist wie das Stranger save die Garten. Und es öffnet die Portal für den nächsten Welt. Aber was ist mit dem Mann und dem Wizard passiert? Was macht das Stranger? Und was machen wir nächstes? Well dear Iris, only one pathway ahead, deep into the darkness, underground. The cave. So, auch hier ist ein Loch hineingerissen. Ich muss wussten, eine Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. So, um, welcome to the entrance to Calligrapher's cave, only the most avoid-haved collectors find addicted to birth in one of the crystal-hands-and-the-sea-trapped-statue-tarked-you find a way through-canvas-ripped-mushrooms-gen-and-shock. Okay. Good. So, diamonds, hierarchy, and sketch. Some things don't want me in the next caves. Ja, schon klar. Hierfür müssen wir wieder ein Papierteil finden. Okay. Da ist noch irgendwas drin. Skip puzzle. Was sollen wir dann machen? Was hättest du denn gern... Ne, was hättest du denn gern, was wir tun? Link each dot using one connection. Connection counts cross, but multiple connections between the mushroom permitted. Yellow button to remove a line. Okay. So, also wenn ich raten sollte, würde ich sagen... Ne. Wenn ich raten sollte, würde ich sagen, das ist die... Das hier sind jeweils die Anzahl der Verbindungen. Und dann... Hier muss es fünf geben. Ne, zwei, da... Und noch einer. Da gibt es zwei. Hier gibt es vier. Hier gibt es ebenfalls vier. Eins. Zwei. Noch eine. Gut. Und den verknüpfen wir mal da hin. Eins. Zwei. Oh, das sind schon genug. Okay. Und da. Und da. Und da. Ja, aber jetzt ist... Zwei sind noch übrig. Oh. It appears you should flow through a strange device. Oh. Verdammt. Na großartig. Close. Okay. Vier. Ich starte nochmal von hier. Da. 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 Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Diesmal vielleicht dorthin. Eins. Zwei. Drei. Bis dahin. 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 Oh, okay. Hier gibt es noch etwas zu entdecken. Da ist noch ein Button. Und das hier. Okay. Achtung, liebe Zeit. Und da ist noch einer. Was ist das hier? The glass went into the stone. Da oben ist es. Okay. Ichi. Wer bist du denn? Mama. Stonehead. Okay, hier brauchen wir noch ein Werkzeug. Mit dem wir das Ding da rauszuholen können. Da haben wir eins von denen. War hier oben nicht noch? Oh, guck mal. Da liegt auch noch einer rum. War hier oben? Haben wir da alles abgesucht? Ich bin nicht sicher. Da liegt nur der Zettel. Okay. Nee, sieht eigentlich gut aus. Okay. Bam, bam, bam. Black Opa. Okay. Ich bin gerade verunsichert, ob hier nicht vielleicht irgendwas noch liegen könnte. Ei. Fliegermäuse. Excellent. You made it to the caves. Okay. Jetzt warte mal. Wenn er uns diese Nachricht schreiben kann, dann muss er ja auch hier gewesen sein. Monty's the plates is a symbol song. Okay. Na gut. Da liegt auch noch so ein Zeugs da rum. Glass Shark. Okay. 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 Und hier ist die Cerebri pieces are missing. Washi? Nein. Noch nicht. Da ist auch noch so ein Dings. Und hier können wir wahrscheinlich die Cerebri pieces einsetzen. Aber vermutlich muss da eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden. Dann kann das sein. Rot. Das ist rot. Ne, siehst du, das stimmt nämlich nicht. Eis würde ich sagen, kommt vielleicht hier. Nein. In die Wolken. So, grün ist das Land. Ne. Grün. Noch nicht. Hallo. Da, das ist alles grün. Das ist super. Rot ist, äh, sind die Blüten. Und auch Blüten. Ne. Nicht ganz. Schwarze Wolken. Ah. Könnte sein, aber... Uns fehlt ja eh noch einer, ne? Die rote Rose. Joa, kann hinkommen. Das hier. Ne, das glaube ich nicht. Mir fehlt noch ein gelber Stein, würde ich mal behaupten. Okay, so. Hier haben wir... Zack, zack. Was ist das denn? Uh. He, he, he. Das ist ein Unsel. Okay. So. The floor of the case is littered with... Wir haben, aber... Passt das hier? Nein. Ach, nicht. Selberhin. Da ist die Reihenfolge jetzt egal, ne? Ja, da scheint die Reihenfolge egal zu sein. Okay. Was ist das? Stone Leg. Stone Leg. Na. Das können wir schon mal anbringen. Oh, die wird aber groß. Okay. Was ist... Hier? Nee. Hier lag nichts mit dabei. Oh Mann. Okay. Okay. Was haben wir noch? Ja, schon klar. Aber uns fehlt hier irgendwie so das richtige Gedünse. Und hierfür ist es vermutlich einfach noch erst. Die Statue ist groß. Da ist der gelbe Stein. Ah. Okay. Könnte hinkommen, oder? Wenn das Weiß dahin geht. Oh. Das kann nicht. So, was haben wir denn hier? Oh. Alles klar. Schweicheln. The Stranger is from us. Noch ein Schweicheln. Zack. Weg, weg, weg. Dorthin. Ja. Alles ist ja schon cool gemacht. Kann man nicht anders sagen. Okay. Der Wasserfall. Die müssen hier vermutlich irgendwo draufgesetzt werden. Aber da fehlt noch eins. Ah. Ja. Okay. So. Wasserfall. The Sound of the Falling Water. Okay. Geh, 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 geh. Nein. Was grünlich ist? Nein. It's too dark. Halt. Nee. Ach. Wollte ich gar nicht. Entschuldigung. It's too dark. Hier ist es nicht hell genug. Wie grünlich ist denn mal heller. Wie grünlich ist denn mal heller. Schalt hier mal heller. Wie grünlich ist heller. Was ist das so für ein Zeug? Was ist das für ein Zeug? To dark to see the part of the page. Haben wir irgendwie ein Stonehead? Das funktioniert nicht. Wie grünlich ist denn mal heller. Ja, 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 ja. Was ist hier noch? Nichts. Pieces. Was? The pieces of a shattered red gem littered the cave. Red gem. Wo kann ich dich denn noch hinkleben? Da oben. Hallo Schweinchen. So. Und jetzt würde ich sagen. Wo können diese Dinger da auch rein? Nicht da. Nicht da. Hier. Äh. Das ist zu groß. Hier hin? Nee. Hm. Doch so. Nein. Hey. Wir bekommen eine. Ah, das ist gut. Das ist cool. Ja. Okay. So. Dann können wir jetzt hier die Hülle ausheben. Mal können sie ein. Da oben. Aus. Da oben. Da oben. Da oben. Wir wollen ja. Noch was? Hm. Okay. Okay. So. Erstmal setzen wir dich da wieder zusammen. Wo kann da der Kopf schon drauf? Nee, kann er nicht. Okay. Aber wir können nach oben gehen. Und können hier jetzt dieses Teil raus. Super. Mehr gibt's hier nicht, ne? Okay. Wo setzen wir die denn dann bloß ein? Ich weiß es nicht. Was fehlt denn hier? Something is obviously missing. Ja, obviously. Starfish. So. Na? Das kriegen wir hin. So. Erstmal alles draufsetzen, ne? Erstmal alles hin. Zack, zack, zack. Okay, so. Zack. So. Nee, das funktioniert nicht. Auch nichts. Hm. So. Nein. Aber so kriegen wir es hin. Zack. Hey. Na? Some of the greatest journey are unexpected. Ja, das ist so. Okay. Wenn ich so auf die Uhr schaue. Wir können hier zwar direkt weitermachen. Aber ich glaube, wir sollten mal einen Augenblick Pause einlegen. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Auf Wiese gehen. Ich glaube, wiriente faseft.